ja die johle ich bin zwar kurz von dem v ja ich bin hier bei ihm und kürzer von ihm mit dem kopf wird es soll der eintritt halte kunden aber ich habe das problem mit dem update will nicht fertiggestellt werden mich jetzt probiert und das geht nicht hab schon pc neu gestartet und ich will nicht. Mal gucken ob das jetzt morgen geht oder heute. Abends, ich weiß nicht. Ich will einfach nicht. Und ja, jetzt kommt keine Battlefield-Anfrage. Leider, tut mir leid. Aber ich kann nichts tun. Ich kann nur, dass ich mich nicht starten will, dass der nicht fertig ist und ja, kann ich nichts dafür. Entschuldigung, aber da ist der Kommt, hier ist der Stomp hoffentlich. Und wir sind uns nächstes Mal dabei in Folge gefunden. Irgendwas anderes kann ich sagen. Tschau.